Hallo meine Lieben, hallo meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben, willkommen zurück zu einem schönen, entspannten Video. So, kochel dich schön ein, warst dir bequem, genieße jetzt mit mir die schönen Trigger, knister, knister und so weiter. Das hat euch in einem Blow Play sehr, sehr gut gefallen, deswegen habe ich es nochmal mitgebracht. Ein kleines Ringbuch mit Muscheln und allmöglichen kleinen und großen, kleinen und großen Paletten, Paletten. So, Jetzt habe ich darüber nachvollziehen, weil ich das Spiel mit dem Blinke drin und unterwegs bin. Oh mein Gott, dass ich spHello legal vermittelt werde, aber wenn ich so einen So Sven Wide schon auf difficulty ah como kann, weil ich jetzt my F. So, wir versuchen, das hier eben beherrscht. Hier ist noch so ein Lineal Budget Sheet, ganz viele verschiedene, dicke Blätter. Und hier sind dann auch noch verschiedene Zettelchen drin. Das sind so Fächer, da kann man die so reinschieben. Dann auch noch mal zum Verschließen mit diesen, ich sag immer frischhalte Verschlüssen. Da hab ich auch noch hier einen. Kuli, ein Mermaid Kuli. Mermaid. 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 Zu einem ganz, ganz schönen Farbverlauf. Schon rosa, pink und blau. Hier unten ist noch ein ganz, ganz bisschen orange, ein bisschen grün noch. Budget Sheet steht hier unten drauf. Budget Sheet. Gut, dass ihr so schön schreibt hier, na? Budget Sheet. Gut, ihr schreibt gar nicht. Macht schöne Sounds. Warum denn nicht schreibt? Das niegelnackelneu. Okay. A, S, M, R, E ist nochmal. Auf Deutsch würde es dann heißen, A, S, M, A. Autonome Sensorische Medianantwort. So. Sternchen ist anwesend. Check. Sternchen ist da. Star. Check. 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 Ja, ich mag es auch sehr. Warum das nicht schreibt hier. Der, die das stift. Andere. So. Let's see. So. See. 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 Glitzert und funkelt 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 Ja, sehr schön Dann habe ich wieder mitgebracht Das habt ihr auch gelebt Dieses hübsche Etwas Den ich im Mermaid Draw Play als Make-Up Applikator benutzt habe Knistert so schön Ja, herrlich Ich mag so dieses ganz Liebliche, süße Knister Dann hier schön die Feder Das war ich Da haben wir hier drin eine gelbe Feder Gelb und grün An etwas mittleres Grün und eine Pinkie Feder Eine Pinkie Ganz ganz hauchzart 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 deserve Genere ganz hauchzart zu wird und Und es passt optisch auch voll rein in die Thematik. Glitzer, Mermaid, Lila, Pinky, Süß, Curly. Das ist ein Zauberlippenstift. Und zwar ändert er seine Farbe und riecht ganz, ganz toll. Ganz toll. Steht hier ganz, ganz bezaubernd ausgezeichnet. Perfekt. Oh, riecht er gut. Knack. Sehr schön. hier habe ich etwas in einem kleinen Plastik-Getaway die Schutzhülle das Plastik-Getawaychen drum gelassen weil ich das Tipping da sehr schön drauf finde das Tipping da ... ... ... ... ... ... ... ... Also ein bisschen auf meinen Hintergrund abgestemmt. Ich mag den Sound auch unheimlich gern, ist trotzdem ganz, ganz weich. Bis nächste musste ich auch mal gehen, na? Alles schön aus dem Gesicht, pinzeln, 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 pinzeln. Hört sich alle unterschiedlich an. Gut, start. Auch wahnsinnig viele Härchen. Ganz, ganz viele. Kleine, kurze Härchen von Kabuki. Kabuki, 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 Kabuki. Kabuki, Kabuki, Kabuki. Schönes dunkles Violette. Jetzt habe ich noch einen Trigger, den habt ihr noch nie gesehen. Der passt auch sehr, sehr schön gerade. Und zwar ist der Trigger hier in dieser Schutzhülle auch hier drin geliefert worden. Jetzt haben wir noch einen Trigger. Na, was verbirgt sie hier in dieser Geheimnis voll? Pass auf, pass auf Schützelein. Ganz, ganz sweet. Widget Spinner. Guck mal, mit so Flügelchen. Total süß, ne? Wird total spannend und sieht einfach herzallerliebst aus. Ich lebe ja so auf Spielereien, na, total. Interessant. Ganz vorsichtig anpacken. Ganz vorsichtig, kann man das schön bewegen. Kannst du es genauer sehen, ja? Kleine Flügelchen. Das kleine Engelchen Fidget fliegt davon. Ich kann mir jetzt zusammen drehen. Genau. Ganz, ganz spannend. Da war noch so ein Plastik Fidget mit da drin. Ganz, ganz spannend. Deine Frügelchen. B shots in der Kleine. Dann habe ich noch mal das Meer-Mäder-Tisch mitgenommen. Das hier auf der einen Seite, ja, so ganz, ganz lila-samtig, fast wie Niki, ganz super weich. Ja, diese Holoflossen, alles leuchtet in verschiedenen Farben. Und dann auf der anderen Seite die schönen Pailletten auf dieser Flossen-Handtasche, Handtisch hier. Das funkelt so schön, na? Ein Augenschmaus. Das war's. 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 Guck mal, von der anderen Seite, so grünlich silber. So, so... Okay, mach so das scratching über den Pailletten. Sehr schön. Dann hab ich hier noch zwei passende Pinsel. Einmal den großen hier. Der auch so einen wunderschönen Farbverlauf hat. Den hab ich auch schon lange. Hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf. Oh, super weich. Dann zeig ich euch noch den anderen. Ich glaub beim letzten Mal ging der so ein bisschen unter. Schaut mal. Das sieht man, glaub ich, jetzt gar nicht. Der hat so viele kleine Fischschuppen her. Dann hat der hier so Pastelltöne, verschiedene Pastelltöne. Blau. Dann kommt so rosa und so ein bisschen gelb durch. Und das weiß dann ganz unten. Und so. Feine kleine Pinsel finde ich auch mal ganz schön. Kann man auch schon mal feiner die Konturen nachgehen. Das Näschen. Stop, 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 stop. Die Lippe. So. So. Feuer, ich mach mal eben die Pop-Up-Schütze, Pop-Schütze, ich glaube, das ist auch sehr gut. Herrlich, mein Unterschied jetzt zudem, der doch viel weicher und lockerer ist, ist viel weicher. Ist aber auch sehr schöner, wenn er so dicht ist. Hat beides was? Ein bisschen sanfter, ein bisschen härter und deutlicher, 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 deutlicher. Wie schön zacken. No. So, liebe Sternchen, sag ich mal gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. Schlaf schön und bis zum nächsten Mal, gute Nacht, bye, bye, tschüss.